Und herzlich willkommen zu einem weiteren Matchmaking-Highlight auf dem Kanal. Normalerweise landen hier immer so Games, die entweder sehr, sehr funny waren oder wo krass gefragt wurde. Heute geht es mal ein bisschen mehr in die emotionale Richtung, mehr so ein bisschen Oldschool-Style. Ich wollte mal testen, ob das auch noch bei euch ankommt. Der Twitch-Chat hat bei diesem Match, was ihr heute seht, aber extrem mit gefiebert. Und zwar haben wir Ancient gespielt. Wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, ging es in eine Overtime gegen einen extrem toxischen Deutschen, der aus dem vollkommenen Nichts komplett im Ingame-Chat abgebrochen hat. Und wir haben da ein bisschen recherchiert und haben herausgefunden, dass er eigentlich drei recht bekannte Leute auf der Freundeliste hat. Und zwar Nuki, Tarsin und SeorFPS. Die haben wir nachher auch gefragt, ob die wissen, wer das ist. Muss man den kennen, wenn ihr euch auf der Freundeliste habt? Da haben wir nachher noch ein paar interessante Infos für euch. Aber wie sich herausstellte, hat er 2013 und 2014 sogar schon in recht guten Teams gespielt und teils Matches gehabt gegen Zyerson und Keef. Also auch so, dass du denkst, ja gut, wenn der vor zehn Jahren schon erfolgreich gespielt hat, wird der jetzt auch an die 30 Jahre alt sein. Aber so wie der Ingame gechattet hat, haben wir gesagt, das ist irgendwie so ein 12- oder 13-jähriger Pisser. Aber der scheint mental ein bisschen in der Pubertät hängen geblieben zu sein. Und demnach haben wir uns sehr, sehr, sehr reingekniet in dieses Match, weil wir unbedingt gewinnen wollten. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Match. Und ich gebe euch nachher noch mal ein paar Details. So, wen haben wir denn hier? Oh, der klingt nett. Oh, der ist auch geil, das sind Finnen, glaube ich. Where do you guys play? Let's play three bean pistols, please. Nice, perfekt. Oh, das könnte gut werden, glaube ich. Red room with donut? Red room? Ja, nee, Mitte. Nee, nee, mit oben. Oh, ich bin Mitte durch. Ein A, die splint ein A. Nein, auch, Franzi, der kämpft rechts. Hab ich. Ich geteilt, ich geteilt. Oh, onside. Onside, also, ich glaube beide onside. So, Charlie M4, Flash. At least one cave. Ich smog dir das ab, ich smog dir das ab, Leonard. Noch einer, okay. Der kann raus. Oh, ich schick nicht da. Bomba down, Kevin. Letzter donut, glaube ich. Nice. Nice. Let's go. Outlets, ist das ein Timing? Nein. Ich gehe mal zurück. Ich weiß halt nicht, ob die Richtung B gehen, aber ich gehe mal Mitte. Let's not B. Demolied cave. They smog top metal too. Probably A. Wo ist das? Lol, ich bin nicht gelingen. Top mit einer. Ach, der ist wieder in der Ecke, dieser Hund. Geht drauf. B, B, B. Off. Die fahrt in Larn. Nein. Die fahrt in Erbo. Die fahrt in Erbo. One is City? Der ist okay. Mann. Der hat mich zweimal da cave abgeschiftet, ist der Sausack. Ass frei, also Mitte oder B. Nee, OB ist set. Ja, ich habe Entry jetzt. Einer raus. Nice. Noch einer gibt. Oder tu mal einfach noch die. Ich fahre cave gerade, wenn die rauskommen. Ach, ich. Einer, one cave. Ah. Ey, seit einer Woche habe ich irgendwas mit meinem linken Zeigefinger, dass ich die Tabs mache. Ne, da wollte ich gerade tappen. Aber jemand macht das hier und der fliegt einfach so nach oben und bleibt so in der Schockshare stehen. Das hatte ich gerade. Ich habe mir so schön getappt mit der Maus und auf einmal war er hier oben und ging nicht mehr runter für eine halbe Sekunde. Wollen wir vielleicht mal zu zweit B main irgendwie versuchen einzunehmen? Können wir mal machen. Weil ich kenne die Timings hier halt nicht, weil ich in dem Spiel. Nichts. Ich kann hier flashen. Ich kann hier flashen. Ich kann flashen. Ich kann flashen. Killed cave. 20 hier über T spawnen. Kommt dann mit. Nice. I'm backstabbing am T spawnen. Ich habe glaube ich einen fetten Move eigentlich. Okay. Alles klar. Schon wieder der. Netter read. Ich mache nicht einen Step. Netter Account auch. Ich mache nicht einen Step. Ähh. Ist der deutsch? Ja, er ist deutsch. Niedersachsen. Five friends in common. Nuki und Seoi, FPS. Schön. Ja, also der war schon sehr gut, der Reed. Nach den ersten beiden Plays, die er schon gegen mich hatte. Sehr wieder ein witziger Zufall. Weil zufällig der Deutsche auf einmal die Reeds hat. Drei Runden hintereinander. Wer doch. Ach du Scheiße, der... Was für ein Mann, der komplett übergast. Let's go, we got this. Ah, ja, noch einer. Der legt jetzt. Der andere legt. Der Leger. Der Letzter. Ach, rechts. Hinter ihm. Okay, auf geht's. Wie gesagt, also gegen die Leute, die halt quasi... Erst deinen Stream anmachen und dann zahlen gehen, die kannst du halt nichts machen. Aber ich glaube, von das Name-Change-Privatprofil schon viel tut. Ja, einer B durch. Der brennt. Need help me? Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, warte, ich klopfe von hinten. Läsch dir hoch in den Rücken. Billig. Vor B. Noch zwei. Ja. Nice. Ja, du sollst refunden. But it's M4, man. What? M4, A4, what the fuck? Ich spiel die aber gerade teilweise auch lieber, bin ich ehrlich. Ist auch besser, aber... Ich weiß nicht, ich kann ihn legen. Ja, dann lasst es hauschen. Silencer West. Let's fight me. Okay. Don't mind, I'm blind. Ja, A raus. Halt. Coming, coming, coming. Coming. Warum fällt der denn nicht? Planter. Planter. Ach, Mann. Okay, sechs Runden könnte aber stehen. Und, can we rush middle and go donut? I have a middle smoke. Let's go. Dann hast du diesen Command gesehen, um... Ähm, um das Wasser auszumachen quasi. Ja, aber der ist nur S4 Cheats, ne? Ach so, ja? Ja. Der ist nur S4 Cheats' Command. Bitte, bitte. Zwei Backstiles. Main, 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 main. Nein. Was ist das? Mann, ich hasse Pistlerunde. Das ist die schlimmste Runde im ganzen Spiel. Das ist die Pistlerunde, Mann. Oh, ich bin Till. Ich hab dem direkt einen Headshot gegeben hier. Und er geht ganz weg. Ach, Mann, du kleine Ratten-Sau. What? Der steht? War das überhaupt ein Headshot eigentlich? Nee, war ich halt clean drauf. Guck mal, er weiß schon, dass du... Was ist denn denn für ein Problem? Okay, die haben direkt gegen gesucht, I guess. Einen Screenshot schick ich Nuki und Seor. Was die da für Leute auf der Frontest haben. Und vor. They are gonna push, Kay. Bombing. Ein, das hab ich. Ja, Kay. Da. Ich hab Bob in Richtung A. Äh, Richtung B ist halt. B kann pushen, gerade. Von da, Mann. Fanzi, hinter dir. Ah, Fanzi ist nicht am PC. Mann, ey. Das ist so... Also, wenn eure Küche grad nicht in die Luft geht, dann gibt's keinen Grund. Telefon, glaub ich. Seit wann kriegt man wieder irgendwelche Trash-Anrufe? Hab ich auch gerade bei WhatsApp. Vor 10 Minuten. Aber, Franzi, als ob du da rangehst. Ja, weil wenn irgendwelche Dinger, weißt du, sind Sachen offen wegen Krankenversicherung und sonst so ein Kram. Und wenn mich die halt anruft, dann würde ich da halt ganz gerne rangehen. So, musst du ja sagen, ey. Ich bin mitten in der Runde. Das ist gerade 10 Minuten. Was am Rassler? Du hast doch schon recht. Wir spielen gegen Deutsche. Okay, soll ich rufe gleich wieder an? Nein, nicht schon wieder. Ach, ich seh nicht. Na ja, wo sind denn da schon wieder Telefonnummern irgendwie geleakt worden, das auf einmal schon wieder hier anrufen, ey. Werden da schön dick geschoben sein, ne? Wer in Side B? Wer in Side B? Ich krieg ne dicke Nadel. Ja. Hello? Ich krieg dick in den Rücken? Sorry, ja. Smog's hit in A? Hab ihn. Dritte ist. Still down. Ich kann mit der T-Spawn. Ich hab gleich Cave. Ey, raus, Cave! Nice, schön. 1-1. Slanting. Cave. Oh, Cave, Cave. Flashbang Air. Falte den Ausgang. Muss nicht peaken. Don't peake, don't peake, I got it. Alo, alo, fein. Nice. Jo. Nice. Das ist ein Dreier, deutsches Sex-Premate, oder was? Und zwei andere. Der ist sogar in deiner Gruppe, perfekt. Bist du noch deutsch? Marius ist deutsch? Marius, Antistress. Imbi und China, glaub ich. Look schreibt, Weirdo, wer sich nicht mental fünf Stunden auf einen Anruf vorbereiten muss. Also ich kenne mal Franzi auch das Thema. Ich hasse Anruf oder sonst was. Oh, ich hasse es im Grunde genommen. Bitte, dort einer. Cave-Bush, glaub ich. Ich glaube, Cave ist drin. Let's go. B, close, close, close. Links. Schön. Okay, Noscopje nachher weg. Cave noch, oder? Long, left side, left side. Mit wem redet er? Last CT, I think. Nothing behind. Yes. Nice. Let's go. Nice. Am irgendwas midi? Aim, aim cave, please. Yep. War more. Noch einer, noch einer, noch einer. Down, get hit. Try to split. Donut. Oh, ich hab veraimt. Ah. Das Ganze alleine, Fabio. Hab ihn auch genommen. Go together now. Go ahead, go ahead. Oh, ich bin da. Ich bin so präsent. Der gibt, äh, A main. A main, A main. A main, A main. A main, A main, so gerne. Behind you. T spawn. Oh, I have good... T spawn, T spawn, T spawn. Ah, ich bin nur an und wird trotzdem gefickt, oh my god. Go, go, Power Rangers. Ach, die sind nur zu viert. Das müssen wir ja eigentlich ausnutzen. Ist das Karma, ist die Frage. Schmitter. Bro, ey, der Jeep kann einpacken. Hey, Donut, out Donut. Never mind. Wait, I flash. Yeah, I smoke. Come on, come on. Die Menge pushdown, der kleine Arsch. Backstipe. 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 Nein, backstipe. Backstipe, backstipe. Backstipe, backstipe. Hinter der... Backstipe. CT, come on. Ja. Die Mitte rein. Bitte cave aim. Ja. Halt dich. Man, er lag, ey. Donut, Donut, Donut. Red side Donut. Push down. Come on. Push down. Push mal rein, der hält noch an. In one side, nice. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Right side. Down, long. Link, link, link. One more Donut, two A. Oh, bitte hol den doch mal. Schön. Oh mein Gott. Ja, ich, ich... Nein, ich möchte mit denen nicht schreiben, aber ich möchte wissen, warum die so unangenehm sind. Why is enemy so, uh, so mean? Yeah, they have little pee pee, you know? That's why. He's German, he's German, you know? Just like mine. Fuck yeah, man. Okay, that's okay, bro. That's okay. Lass mal mit der Hammeln. Yeah. Ja, ja, ja. Abgeflasht. Mit so ein Klee mit Bots. Er wird wieder... Oh, nein, auf, Vorsicht. Nein, er sieht mich. Er sieht mich. Doppel Awe, Doppel Awe. B und, äh, Mitte Awe. Ich bin erotet. Noch den Hammeln, Leonard. Man, ich kann nicht aim, man. Die wissen halt's, ne? Die wissen's. Der Flash, seht ihr? Ja. Er will, dass du rumziehst, der will, dass du rumziehst. Ja, ja, ich weiß. Aber jetzt ist er ja lange weg, wenn er einer magt. Links. Quatsch. Sieht die Leute. Ah, wupu. Schatten verrät ihn da. Ah, nice try. Do they have AVP on Bs? Yes, yes, yes. I Flash, I Flash. So fast, fast, fast fast. Ah, braucht sehr lange. Ja, er febt. Kommt rein, let's peek rein. Okay, let's go, let's go. Die wissen's halt, ah, they know. Ich glaub, die... Ich bin noch eh, ich bin wieder zu viert hier, leider. Er ist irgendwo onside, Leonard. Long hat low. Freizeit. Onside. Das schickte ich, oh, ah. Ach, Mann, weil... Ja, ich hab's dann auch gerascht, Mann. Ich hab nur überlegt, machen wir was anderes. Ja, oh Gott, oh Gott. Äh... Warn leider sehr vorbereitet. Oh, auf den Nade, einen HP. Seht der einer. Ey, holt die Runde noch, los. Peaked in der Molo. Ach, Mann. Left side two, one right. Ah, die wissen's halt leider. Ach, Mann, ey. One K. D, oben nicht, Leonard. Nice, nice. Gobby, Gobby, come on, we're still fighting. Wecker, ist das ein unangenehmer Bastard, wirklich. Holy shit. Oh, gosh. Ey. Junge, ich hab Probleme. Ganz große. City spawn. Haha, wie er auf mich wartet. Ah, ich report den auch erst mal. Okay, auf geht's. Die müssen wir eigentlich alle drei holen. Den fehlt halt einer in der Defensive. Nice. Push, einer down. Oh, fuck. I flash. I will flash high. Die Mitte. Ey, ich glaube, ich glaube, Appa peaked. Ich glaube, four cave. Einer, one guy in the cave. Wir haben zwei Mitte down. Must be game. Yeah, must be game. One in the cave. AWP, Donut. Donut, Donut in the cave. Man, ich wollte gerade zu ruhig ficken, ey. Entschuldigung, Kevin. Last was Donut. Last was Donut. Donut. I try. Ach, die Wehr wird mich annehmen, ne? Ja, warte doch. Also, machst du das doch, oder? Wo war der? Donut. War Donut, aber Bomb ist mit unten down. Kann auch links da an der Ecke sein. Da ist er. Oh, Mann. Ja, Alter, haus. So, haben wir Mitte smockt? Nein. Close me, close me, close me. Ah, fuck. Ja, haben wir. Apoch down. Gobi, 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 Gobi. Der smoke ramp. Der smoke ramp. One is... Ah, ist man. Vielleicht noch einer, Kevin. Be, be at the smoke. Oh, oh. Bei dir, oder was? I need, I need. Ja, ja. Be ramp, be ramp. Be ramp, be at the smoke. Ach, be ramp. Ach so, be ramp. Oh, fast. Ja, ja, ich hab. Ich aim den ab, Kevin. Geh du mal mit dem Mate. Go together. Der Hühnerl, der wird dir gleich wieder rumziehen. Den werde ich holen, die kleine Bitch. Komm zu Papi, Hühnerl. Smoke base. Amain, ja, passt Amain auf. Nein, das Spray ist so schlecht. Amain ist, der hat low. Oh, ich wollte es gerade noch sagen. Ja, aber er hat, also mein Mate hat es angeaimt. Deswegen... Ich würde eher techy, glaube ich, nehmen. Der müsste low haben, aber... Ach, das Timing von den Deutschen, dass da perfekter Molo kommt. Das ist morgenshit. Ich habe low AP, lass mich erst zuerst picken. Nee, gar nicht picken. Lass den kommen. Das scheinbar. Ja, both. You both have more. Der push, der push, der push. Nice. Seins, Mann. Sein dreckiges Gesicht. Geil. Nee. A lot middle, a lot middle. Nice. Nice. So, die kann nicht weg sein. Close mid as well. Nicht jinxen. Ich sag nur, jetzt nicht dumm sein. I will get him. He's in smoke. In smoke. Has to be. Oh, nein. Nein, nein. Low AP, low AP, middle. Weil er pusht. Ich will doch nicht pushen, aber mein Mate pusht. Steiger. Down, Steiger. Bombe down. On one. B, for B, for B. In front of B, last. Bombe down middle. In front of B, ja. Ja, beide A. AWP. Dein Mate hält nur Mitte Donut. Also, und zählt dir natürlich, also oben. Man kann alles machen halt. Aufs Wasser, dass er Cave geht und legt. Ich möchte nicht backsteppen. Okay. Man kann nicht anhalten. So, links in der Ecke geplantet, oder? B gelegt, B gelegt. Wie? Hä? Was callt der denn? Nein, der Mate call. I'm waiting for you. Oh Gott, die Smoke. Jetzt kommt mein Sohn. Ah, fuck. Er brennt. Wie brennt er da? Nice. Good Job. Hatta. Hatta, 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 hatta. Einfach unbeliegend. Nice, let's go. Habt's doch. Ich wusste, dass das so funktioniert. Easy. Nice, man. Nein, Mitte hat's. Muss a rotieren. Jo. Ja, Mitte fett rein. Mit many. Dann haben wir wieder die Stairs da hoch. Hoch wieder. Wir gehen wieder Black Bear. Ja. Du bist auch da, oder, Franzi? Ja, ich hab halt Cave, ne? Die können halt B raufgehen. Voll gut. Fresh Flash, du kleiner... Nice. Und zwei, und zwei. Oh, lol. Ich bin auch von Cave aus. Oh Gott, ich dachte, das bist du. Das bin ich auch. Oh Gott. Also, ich dachte, das wäre wer anders. Middle, both. Going A, going A, both. Ach, je... Hey, 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 my friend. Nice. Nice. It's Temple last. Out, out, out. Nice. It's Temple. Nice, schöner Molo. Flash, Leonard. Peak nicht. Ich hab 8 HP, ne? Der ist Temple. Was? Wie geht der nicht down? Ich glaub, der rennt B, Franzi. Na, wird B gehen jetzt. Also, wie ist das kein Kill, Junge? Der hat 2 HP. Einen Body braucht der. Molo Temple und Kitten. Ja. Was, Molo? Oh, ist das schön. Ja. Oh, diese kleine Bitch. Ist das nur schön. Oh, das schmeckt. Oh, das schmeckt. Und am Ende steht hier noch der Win. Auch klar, wenn wir am Ende nur noch 5 gegen 4 gespielt haben. Aber trotzdem, die Genugtuung in dem Moment hat so gut getan. Der Twitch-Chat hat's auch mega gefühlt. Ich kann nicht so ganz einschätzen, ob das auf YouTube auch so ist, wenn man das im Nachhinein sieht, wenn's nicht live ist. Deswegen lasst mir gerne mal Feedback da, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Gerade auch, wenn wir im Streamer gegen Streamsniper zum Beispiel spielen. Manchmal kommen Leute in den Chat, die dann schon in der ersten Runde schreiben, Hi, Stream und so. Wo wir dann manchmal trotzdem noch gewinnen. Das sind dann natürlich so richtig hitzige Matches, weil du weißt, die haben den Streamer auf dem zweiten Monitor auf und spielen eigentlich legit mit Wallhack die ganze Zeit. Und dann gewinnst du trotzdem. Und diese Matches, das fühlt sich, also das Gefühl, wenn du das gewinnst, wenn du weißt, die eigentlich cheaten die, weil die auf dem zweiten Monitor deinen Stream aufhaben und immer wissen, wo du kommst. Und das gewinnst du noch, das ist so geil. Deswegen lasst mich mal wissen, ob ihr sowas auch gerne mal auf YouTube sehen wollt. Aber ich hatte euch ja noch ein paar Infos versprochen. Und zwar hatte ich im Nachhinein da noch mal Seor und Nuki gefragt, wer das ist, ob man den kennen muss. Weil das sind Leute, die hast du nicht einfach so auf der Freunde-Liste. Und dann hatte ich André, also Nuki, gefragt. Und er meinte, boah, keine Ahnung mehr, wer das ist. Ich denke mal irgendein Semipro von früher. Nuki ist ja jetzt lange auch schon bei Valorant drin. Und dann hat er mal extra noch recherchiert. Also ganz, ganz liebe Grüße an André, an Nuki. Und hat das 99 Damage Profil rausgesucht. Vom guten Hühnerl oder beziehungsweise von Tommy. Und der hat tatsächlich früher in einigen guten Teams gespielt. Das scheint schon ein paar Jährchen her zu sein. Aber damit ihr auch noch mal seht, dass ich hier keine Scheiß labe. Ich denke mal, Evo Play ist somit das bekannteste. Du siehst, der hat gegen Attacks gespielt, gegen Killerfish, gegen MTV, PKD. Und dann sind hier so Matches dabei, wo der gegen Kirby mal gespielt hat. Hier im Team gegen Stavros, gegen Traplay. Wer kennt den noch von früher? Nex, Struxxi. Oder auch ein Game gegen MTV, wo dann NK, Asmo und Kräuterhumpen dabei waren. Also echt namhafte Leute. Also er scheint früher echt mal was gerissen zu haben. Aber dann haben wir mal ein bisschen weiter geguckt. Haben dann auf Twitter gesehen, Twitch-Perma-Ban bekommen. Ich stream die Tage auf YouTube. XDD, also sehr, sehr, sehr sympathischer Mann. Dieser Hühnal, der gute Tommy. Da ist irgendwas nicht ganz richtig in der Birne. Und dann noch eine schöne Anekdote am Ende von André bekommen, von Nuki. Auf WhatsApp, der hat geschrieben, Jetzt weißt du, warum Semi, ha, ha, ha. Ja, jetzt weiß ich, warum es nur bei Semi Pro geblieben ist. Der hat irgendwas, also der ist nicht ganz dicht. Das war abzusehen, dass das nicht weitergeht. Auch wenn es vielleicht was hätte werden können. Aber der ist leider nicht ganz dicht, der junge Mann. Und da auch noch mal ganz liebe Grüße an die Gegner. Wir dachten ja, weil da noch mehr Deutsche im Gegnerteam waren. Marius und Himbi waren das nämlich. Der Himbi hatte sich nachher noch mal bei Franzi und bei Kevin gemeldet. Und hatte gesagt, dass der Hühnal tatsächlich gestreamsnipt hat. Da kamen nämlich in-game ein paar ganz dubiose Calls vom lieben Tommy. Aber die haben nicht mit ihm gecued. Und das stimmt auch, das sieht man hier auf Leetify. Also Himbi hatte mit Marius gecued. Die beiden waren Duo drin. Hühnal war Solo-Cue. Und da kamen wohl scheinbar on top noch zu dem Chatte vom Hühnal ein paar ganz dubiose Calls in-game. Was ich ja auch nach den ersten drei, vier Runden vermutet hatte, wo dann plötzlich die T-Base, obwohl ich keinen Step mache, abgeaimt wurde. Also ganz, 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 ganz lustige Geschichte. Und ich hoffe, das Video und das Match hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank. Lasst gerne mal Feedback dazu da, ob ihr solche emotionalen Matches auch mal öfter auf YouTube sehen wollt, ob das cool ist. Früher kam das sehr gut an. In der Zwischenzeit habe ich lange nichts mehr in die Richtung hochgeladen. Deswegen ist das für mich auch ein Experiment. Vielleicht nervt es, Leute. Vielleicht findet ihr es cool und fiebert noch mal ein bisschen mehr mit. Lasst gerne mal Feedback dazu da. Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Livestream oder im nächsten YouTube-Video. Seid nicht wie Tommy und viel Spaß in euren nächsten Matches. Later!